hallo welt ja da sind wir wieder hier an unserem laptop ich sag diesmal überhaupt gar nichts zu unserer wunderschönen luxushütte hier nur dass sie wunderschön ist ganz schnell und wir kriegen aufträge über aufträge gut moment jetzt können wir aber vielleicht ein bisschen anders hier vorgehen bunker zum wohnen das würde mich interessieren auftrag zum aufräumen meiner garage haus streichen aha tim star okay bitte um entrümpelung des neu gekauften hauses und haus zur renovierung achte meine güte das sind so viele aufträge ich weiß nicht wenn man das jetzt öfter macht dann weiß man wahrscheinlich ganz genau ja wand streichen das bringt alles nichts da machen wir nicht machen wir alles nicht machen wir alles machen wir alles nicht machen wir nicht nee da bringt nichts machen wir nicht ihr wisst schon das macht man dann einfach nicht und nimmt sich nur die pickt sich nur die rosinen aus dem kuchen also die aufträge die dann auch richtig kohle bringen ja wir wissen das aber nicht besser bunker zum wohnen würde mich natürlich sehr interessieren ich bin mir aber sicher dass wir für solche sachen noch nicht ausreichend geschult sind wir sind noch nicht so vorbereitet wir können noch nicht so viel wir sollten bevor wir jetzt irgendetwas machen haus streichen das hört sich zum beispiel sehr interessant an vielleicht mal von außen zu streichen das haus vielleicht brauchen wir dafür dann gerüste oder so je nachdem wenn ich haus höre denke ich ja immer an was großes mehrstöckiges bis jetzt hatten wir immer nur die kleinen häuser und garage aufräumen das soll heißen bevor wir jetzt irgendwas hier machen wir wissen ja ein paar aufträge wissen wir glaube ich schon oder wir können uns das denken kitschhaus haben uns angeguckt und so weiter deswegen gehen wir jetzt mal hier raus wie können wir raus gehen auch so hier oben zack und raus energie sparen so denn wir können uns so ein bisschen verbessern wir könnten entweder jetzt für haus streichen ein skill verbessern zum thema streichen oder wir könnten auch zum thema aufräumen irgendwie ein skill nehmen und das gucken wir uns jetzt mal an was wir da nehmen können an verbesserungen wir haben hier nämlich okay verhandlungen ist bestimmt gut mögliche verbesserung zwei diese möglichen verbesserungen die sind pro pro kategorie hier also aufräumen können wir auch noch mal zwei nehmen drei hier haben wir schon eingenommen bei zerstörung kommen da gar keine punkte hinzu wir haben doch so viel gemacht schon malen okay da haben wir drei punkte ich glaube da ist auch schon einer hinzu gekommen du verschwendest keine farbe beim streichen von wänden da haben wir also schon was verbessert und das wäre wirklich die überlegung dass wir da gleich mal mehr nehmen wir gucken aber mal was es sonst noch gibt erst bauen haben wir auch drei punkte die wir vergeben können hier aufbauen und monteur goldenes händchen ich glaube sogar dass das neu ist oder da haben wir nicht so viele aufträge im moment ich glaube das ist nicht so wichtig genau wir haben den fliesenleger einmal genommen und dann könnten wir als nächstes fließen und laminatböden geht dann schneller irgendwie aber vergipsung brauchen wir glaube ich auch im moment nicht ja aber das sind so sachen die ich denke die wir alle brauchen wahrscheinlich für den bunkerbau deswegen wenn wir uns da erst mal gar nicht angucken was für ein auftrag das ist wobei es mich ja schon interessieren würde zumal da ja auch andere sachen noch dabei sind aus dem dlc vielleicht aus dem survival dlc gibt es ja da kann man bunker und anlagen und sowas alles bauen aber ja ich sag mal so ein dlc ergibt für mich dann meistens erst sinn wenn das andere alles wenn man das andere alles schon so halbwegs gesehen hat wenn man sagt jetzt könnte mal wieder was neues dazu kommen aber bis jetzt habe ich hier noch nicht so viel gemacht kommt ja immer nur sonntags wir können ja jeden tag mal bringen haus flipper aber ich glaube so viel zeit zum produzieren habe ich dann nicht erfolgen würde ich aber ganz gerne mal wie auch immer streichen werden wir uns malen werden wir uns gleich mal angucken aber wie sieht das hier mit den verhandlungen eigentlich aus was haben wir denn hier zum beispiel genommen höheres einkommen zahlung für aufträge plus zehn prozent na gut verbessern zahlung für aufträge plus 25 prozent jahres wäre schon gar nicht schlecht wir bekommen hier gar keine punkte mehr zu habe ich so den eindruck denn das war ja lange her dass wir das hier genommen haben neue fähigkeit für ein verkauftes haus oder beendete aufträge also wir haben den letzten auftrag nicht korrekt beendet deswegen haben wir dafür keinen punkt bekommen denke ich schnelle aufträge anforderungen der aufträge das gegenteil abarbeiten der aufträge wenige aufträge im moment ist das wirklich ganz schön krass ich bin gespannt ob es mal eine zeit gibt wo wir gar keine nachrichten bekommen und gar keine aufträge im moment boomt das geschäft ja scheinbar ja gut man sollte sich selbstständig machen mit sowas hier bei verhandlungen das brauchen wir doch gar nicht zahlung für aufträge könnten wir da geben wir jetzt doch noch mal einen punkt drauf kann ja nicht schaden eigentlich sollten wir den dritten auch noch drauf geben anforderungen der aufträge das brauchen wir wirklich im moment nicht wir lassen das mal so oder ach komm jetzt wir geben einmal alles drauf dann sehen wir nachher das vielleicht kriegen wir ja doch noch etwas drauf also da müssten wir jetzt spürbar das müssten wir spüren jetzt 50 prozent mehr scharfsinniger blick ja aufräumen was können wir denn hier alles nehmen das wäre neue fähigkeit für 233 gereinigte elemente weggeworfener müll ja aha also wir werden vielleicht die punkte mal aufsparen denn wir gehen ja demnächst aufräumen weil ich mir denke ich möchte wissen ob hier ein vierter dazu kommt oder bleibt das bei drei stehen scharfsinniger blick wäre also du siehst einige verunreinigungen auf der minimap du siehst die mehrheit der verunreinigungen auf der minimap wäre dann stufe 2 und stufe 3 du siehst alle verunreinigungen auf der minimap minimap ja ach wir haben das schon einmal genommen das reicht zerstörung wollen wir gar nicht nee wollen wir zum moment nicht beim malen doch da war was dann nehmen wir nämlich den auftrag mit dem haus an und erst mal erst mal aufräumen aufräumen geht gut das können wir gut und dann kleinerer verbrauch von farbe kleinerer verbrauch von farbe okay das wäre günstig streiche zwei wände zeitgleich mehr streichen okay super schnelles streichen hier streichen um 25 prozent schneller ja vielleicht ich meine im moment ist es recht es ist stressfrei es macht spaß versuchen wir mal ein punkt hier drauf zu nehmen und ich weiß nicht wie das gehen soll zwei wände gleichzeitig streichen zu können ich meine wir haben zwei arme denkbar wäre das schon okay und das mit dem bauen das sparen wir uns glaube ich mal alles so auf die punkte echt jetzt ja recht weil die haben wir vergeben müssen uns mal merken wie das hier aussieht vielleicht schreibe ich auch immer ein schlaues tagebuch mal ein paar notizen hier in das haus flipper tagebuch so ein paar notizen reinschreiben wie man das da so hatte hier zum zeitpunkt naja gut wie auch immer wir gucken jetzt mal dass wir da jetzt aufräumen oder streichen haus zur renovierung nein bitte um entrümpelung das ist gut das gefällt mir das macht spaß nach dem letzten badezimmer und streich nach der letzten badezimmer und streich aktion werden wir jetzt hier so was machen was spaß macht bitte um entrümpelung des neu gekauften hauses von robert mandl hallo robert hallo vor einigen tagen habe ich ein haus für einen guten preis erworben die höhe des preises hatte zwei gründe über viele monate wollte niemand dieses haus kaufen bis endlich ein naja ungebetener gast dort einzog es handelt sich um einen gentleman der sich mit seinem karren unbemerkt einschlich und dort über einige tage lang lebte bis er von der polizei aufgegabelt wurde dieser herr veranstaltete in diesem haus einen solchen saustell während seiner kurzen zeit kaum zu glauben überall müll auf dem boden pakete und zeitungen unidentifizierbare substanzen auf dem parkett und es scheint als ob er dem kühlschrank seinen inhalt zurückgegeben hätte als person die vor solchen zuständen abschreckt schreckt bitte ich sie die wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln ich bitte auch die probleme mit der elektrizität zu beheben mit freundlichen grüßen robert mondel ja robert wir haben eine karte aus dem hut gezogen und du hattest glück zack wir kommen im dunkeln an robert mondel das sieht mir aber schon etwas höher aus doch wir hatten doch schon mal ein zweistöckiges haus letztens vorletzend irgendwann in einer der letzten folgen meine ich das mit der oma wo die oma gestorben ist da war doch schon eins mit zwei etagen und das hier sieht mir auch zwei etage ich aus wir schleichen uns aber erst mal hier ums haus rum und gucken durchs fenster dachte ich okay fenster reinigen oh mein gott was habe ich gesagt das macht uns spaß nein da fällt mir das sofort wieder ein das fender ist das fenster ist auf der anderen seite dreckig da können wir also gar nicht reingucken okay zum glück hat er nicht so viele fenster da haben wir uns wieder selber hier was ja ich hoffe da draußen ist niemand am essen ich habe eine rote gesehen eine red kakerlake vielleicht ach die schimmern so richtig schaben wir haben früher schaben dazu gesagt fangen schon mal an bevor wir drin sind überhaupt sonst kommen wir gar nicht rein nein kein licht hier deswegen sind wir im dunkeln angekommen na dann wir sagen das doch wir fassen das nicht an wenn ihr so viele krabbel wie hier sind man hört sie richtig krabbeln und wenn man drauf rumläuft wie bei den jana jones jetzt da ist nichts okay vielleicht ist die steuerung kaputt stand hier eine sicherung durchgebrannt das müssen wir zuerst machen damit wir wenigstens was sehen aber wo ist denn der sicherungskasten hier bitteschön ja nicht dass hier noch irgendwie ein waschbär haust oder so gut sicherung ist wahrscheinlich im keller ja das liebe ich mir doch so häuser mit keller und so also erstmal die sicherung rausschrauben hier austauschen und jetzt einfach umschalten denn ist ja nur hier das war der hauptschalter oder hoffe ich und oben krabbelts überall ja ja licht haben wir schon mal machen hier machen wir überall licht an ja weil in so einem haus hier ja der soll sich auch noch in den kühlschrank übergeben haben meine unterschiedliche schaben na gut rote bekommen wir irgendwie punkte dafür schon ja ich glaube intern irgendwo sieht man das jetzt nicht aber ich glaube irgendwo läuft auch ein zähler mit okay hier jetzt nach draußen schaben soll ich euch die tür aufmachen wollt ihr freiwillig nach draußen aber wir werden erstmal putzen bevor wir irgendwas montieren das sollten wir austauschen das ist total verschmutzt und so verrostet ist das da kann aber der der hier eingezogen ist nichts für unbedingt na ist das erde braun ist doch erde oder nicht aha das machen wir sogar ganz modern mit einem spaxer spax gerät schrauber elektroschrauber da sowas schön neu ja ich möchte jetzt aber nicht hier mit der elektro installation anfangen als erstes müssen wir die fenster sauber kriegen glaube ich und den kühlschrank raus und die schaben weg wie machen wir das denn den sauger brauchen wir dafür nur das ist mir gerade aufgefallen da unten ich wollte aber erstmal wollte ich gucken und über licht einschalten und gucken ob da nicht noch irgendwo einer ist ist da noch einer so guckt man aber nicht ob da noch irgendwo einer ist wieso hat denn der das haus hier so verkommen lassen wenn er hier doch so sowieso illegal gewohnt hat ja warum nicht warum sollte er sich mühe geben und das sauber halten wenn er sowieso raus fliegt ja aber der wurde doch gesucht oder nicht hieß das nicht der würde gesucht werden egal die türen gehen sowieso nach allen seiten auf okay auch hier das schön was hinterlassen aber vorher hatte die ganzen kartons und kisten gehabt die musste mitgebracht haben und wie man sieht an diesen kartons da ist immer schon so ein bisschen schimmel auch dran okay wenigstens hat er im keller wollte ich jetzt sagen nichts angerichtet aber denkste der ganze keller ist auch voll wie hatte das denn geschafft ein herz für käfer sollen wir die nicht trennen lassen ja die lassen wir drin sagen wir die haben wir nicht rausgekriegt tut uns leid ja wir müssen ein paar aufgaben abschließen richtig damit wir punkte bekommen sonst bringt das doch alles nichts der hat hier sogar ein trockner gehabt und hier so eine waschmaschine und hat trotzdem ne ne reinigen jetzt noch nicht hat das trotzdem alles so verkommen lassen naja nochmal der war gesucht der hat sowieso wahrscheinlich gedacht was ich fliege ja sowieso bald hier raus ach schönes Haus gehen wir mal rein wenn keiner was sagt ja aber trotzdem ne ich kann mir das gar nicht vorstellen selbst wenn ich gesucht werden würde oder so dann würde ich mir doch Mühe geben vielleicht gerade dann würde ich mir Mühe geben keine Spuren zu hinterlassen oder so das kommt dann nachher noch oben drauf ah ok ich verstehe vielleicht hat er auch die schlechten Taten gesammelt und sagte sich so ja was kann ich denn jetzt noch ich bin ja schon ziemlich am Ende viel kann ich ja nicht mehr aber ich kann noch ein Haus verdrecken ok das schaffe ich ja wieder auf die Liste um da drauf zu kommen auf die Liste vielleicht fühlt er sich wohler im Knast dann und da hat er gleich hierfür hat er vielleicht dann nochmal so 10 Monate extra 10 Monate für Küchenschaben naja für Einbruch Hausbesetzung was finde ich eigentlich gar nicht so schlimm ist oder wenn man kein Zuhause hat was soll man machen so jetzt seid ihr dran endlich da sind noch zwei eine die Königin wenn eine überlebt die Königin zum Beispiel dann kommen die alle wieder Ah Information wir haben ein Kakerlakennest zerstört ja sowas können wir das kennen wir noch aus aus Fallout kennen wir das und bekommen wir als Kammerjäger kann man sich nicht spezialisieren nachher auf irgendwas ich meine so alles machen ja gut wir sind eben der Hausflipper war es das oder krabbeln hier immer noch welche wenn die schon so rumkrabbeln die Kakerlaken genügend Kakerlaken umgebracht du hast ein Kakerlaken Nest zerstört noch eins zum Schluss ja um den Keller kümmern wir uns in der nächsten Folge diese Folge ist vorbei ich bedanke mich für euer Zusehen für eure Kommentare und für eure Likes lieben Dank dafür Daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal cu maybe zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal hier start